Wir sollten ein Auto kaufen. Aber wieso? Wir brauchen doch überhaupt kein Auto. Doch, natürlich brauchen wir ein. Aber wieso? Sag mir ein paar Gründe. Erstens, wir müssen im Sommer doch überall hinfahren und so. Und werden doch ganz viel spazieren gehen. Also nein, nicht spazieren gehen, einkaufen und so. Deshalb brauchen wir ein Auto. Ach, noch eins. Und im Sommer kann man doch nicht immer wieder zu Fuß gehen. Es wird voll heiß sein. Dieses Jahr ist es ja extra heiß in Deutschland und in Frankfurt. Hm, eigentlich stimmt das. Okay, na schön, wir kaufen ein Auto. Wir gehen gleich morgen. Gut.